Ich habe da vorne eine Aral-Tankstelle gefunden. Und da werde ich jetzt gleich fragen, ob ich mit so einem richtigen Bierschiss diese ganze Toilette so richtig ranzig voll scheißen kann. Mit diesem Bierschissgeruch. Naja, ich war jetzt gerade bei dieser Aral-Tankstelle da vorne. Und ich habe gerade diese Toilette so was von ranzig voll geschissen. Das müsst ihr euch mal wildlich vorstellen.